Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Heute soll es um das Thema Überschussladen gehen. Wie ihr wisst, habe ich eine PV-Anlage auf dem Dach und ein Model 3 in der Einfahrt. Und das war von Anfang an für mich eine wichtige Sache, auch bei der Entscheidung für dieses Elektroauto, dass es möglichst viel vom Sonnenstrom lädt, weil das ist erstens natürlich günstig für mich und zweitens erheblich für die Umweltbilanz von einem Elektroauto mit was für Strom es fährt. Für alle die, die mit dem Begriff Überschussladen noch nichts anfangen können, da geht es eben darum, dass der Strom, der eben über die PV-Anlage auf dem Dach erzeugt wird, abzüglich dessen, was hier im Haushalt verbraucht wird, dann möglichst komplett im Model 3 landet. Und damit sind wir natürlich bei den wichtigsten Punkten, denn von was hängt das eigentlich ab? Zunächst mal ganz einfach von der Sonne bzw. vom Wetter, von den Wolken, die sich eben ständig ändern und wandeln. Sonnenstrom ist eben volatil und eben auch nicht vorhersehbar, wann wie viel zur Verfügung steht. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, ist das Auto. Nicht jedes Auto kann mit jeder beliebigen Ladeleistung laden. Das Model 3 kann eben hier mit maximal 11 kW laden, an Superchargern natürlich auch schneller. Und was für das Überschussstromladen fast noch wichtiger ist, für das Laden wird eine minimale Menge von Strom benötigt. Die liegt einphasig bei knapp unter 1400 Watt. Das braucht das Model 3 praktisch zum Laden. Wenn ich auf dreiphasig umschalte, brauche ich mindestens 4140 Watt. Diese Mindestleistung ist eben dafür verantwortlich, dass wenn eine Wolke kommt und plötzlich die Ladeleistung unter diese 1400 Watt sinkt, oder eben unter diese 4200 Watt ungefähr beim dreiphasigen Laden, dann schaltet das Laden komplett ab. Ich kann euch vielleicht mal kurz zeigen, wie diese Geschichte hier begann. Ich hatte ja schon eine PV-Anlage mit 4,8 Watt Peak auf dem Dach, als das Model 3 kam. Und da habe ich zunächst mal einfach angehängt und geladen. Das heißt, wie ihr hier seht, da war an einem Tag schönes Wetter und die Sonne kam und die Sonne ging. Und ich habe halt vorne angesteckt und hinten abgeschaltet und habe geladen mit der maximal möglichen Leistung von knapp 4000 Watt. Meine erste Wallbox war eine Tesla Wallbox, die sehr schön war und mir sehr gut vom Design gefallen hat, aber leider dumm. Und deswegen habe ich dankbar das Angebot von Harvey Barth aufgenommen und mir diese Wallbox installiert. Und jetzt seht ihr hier 2020 im Februar zum Beispiel an einem schönen Februartag, wie ich eben jetzt schon Überschuss laden konnte. Aber eben mit der Maximalleistung von 4,8 Kilowatt Peak von der PV-Anlage kam ich relativ rasch an die Grenze, wo dann eben wieder abgeschaltet hat. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit, eben praktisch ein Offset einzustellen, also eine Minimalleistung. Und wenn die PV unter diese Leistung geht, dann bezieht man eben entsprechend viel Netzstrom dazu, sodass das Model 3 eben nicht immer an- und ausschaltet, was nicht gut für die Batterie wäre. Aber das Ziel war ja eben, möglichst viel oder möglichst ausschließlich Sonnenstrom zum Laden zu benutzen. Und deswegen habe ich ja letztes Jahr die Anlage erweitert auf inzwischen jetzt 8,75 Kilowatt Peak. Und da kann man einfach sagen, du hast die doppelte Ausbeute wie früher fast und entsprechend früher genügend Strom zum Laden und später nicht mehr genügend Strom zum Laden. Also was eben eine wichtige Rolle spielt, ist die Wallbox und die dazugehörigen Smart Meter. Das System muss immer wissen, wie viel Strom kommt denn eigentlich gerade. Dann der Hausstrom, also wie viel wird gerade vom Haus verbraucht und was lädt das Model 3. Und die drei Sachen werden über die Smart Meter dann miteinander kommuniziert. Klar, und was natürlich eine Rolle spielt, ist die PV-Anlage und der Wechselrichter. Durch die Erweiterung auf fast das Doppelte habe ich natürlich viel längere Zeiten am Tag, in denen es möglich ist, über diese 1400 zu kommen oder über die 4000, wenn ich dreiphasig lade. Allerdings Überschussstrom habe ich meistens jetzt dann doch nur einphasig geladen. Wenn ich dreiphasig lade, habe ich eben den Range von 4000 bis 11.000 Kilowatt. Und ja, sagen wir mal, viel höher als 7000 kommt man eigentlich sowieso nicht. Dann habe ich lieber regelmäßig schön den ganzen Tag über die Möglichkeit, zwischen 1400, 1500 und 7000 Watt zu laden. Der Grund, warum man nicht will, dass der Ladevorgang die ganze Zeit an und ab bricht, liegt eben darin, dass es belastend für die Batterie ist. Aber eigentlich ist auch dieses ganz langsame Laden so um die 1500 Watt auch nicht optimal. Denn eins darf man auch nicht vergessen. Das Auto verbraucht im Grundzustand sozusagen als Grundbedarf immer 200 bis 300 Watt pro Stunde. Das heißt, je länger und je langsamer ich lade, desto mehr verliere ich eben beim Laden für die normalen Grundumsatzbetätigungen dieses Autos. Und dazu kommt, dass eben so bei 5 Ampere oder eben 6 Ampere die Wandler nicht optimal arbeiten. Das heißt, eigentlich auch nicht optimal der PV-Strom ins Auto geleitet wird, sondern hier auch Ladeverluste sind. Und hier habe ich euch noch ein paar schöne Beispiele für Ladeprofile, wenn man so will, mal hier zusammengestellt. Das Schöne an der Solaranlage ist ja, dass man immer das getrackt kriegt, wie viel Strom gerade kommt und wie viel rausfließt. Hier seht ihr zum Beispiel gerade am 25. Februar, da hat, glaube ich, Oskar mal über Nacht geladen mit 11 Kilowatt. Da hat also der Sonnenstrom nichts genützt und ist ungehindert ins Netz geflossen. Aber wir mussten halt am Morgen wahrscheinlich los. Das heißt, das ist natürlich das Gegenteil von Überschussstrom laden. Ja, dann seht ihr hier am 3.3., da habe ich ein bisschen spät dran gedacht, dass ich eigentlich ein volles Auto brauche und habe erst so mittags um zwei das Ding angesteckt. Dann aber auch nicht mehr Überschuss geladen, sondern einfach gleichbleibend Strom abgezogen. Und damit es nicht so schlimm ist, habe ich im Tesla dann die Leistung beschränkt, indem ich die Amperezahl runtergestellt habe. Also, dass ich dann nur mit ungefähr 2000 Watt einfach noch mal zwei, drei Stunden geladen habe und wenigstens noch den restlichen Strom verbraucht habe. Am 4.3., das seht ihr jetzt hier, da hat es mit dem Überschussladen eigentlich ganz schön geklappt. Und ihr seht auch, dass ich hier einen sehr wolkigen Tag erwischt habe und das Laden immer schön mit den Wolken mitgegangen ist und ich einen wunderbaren Eigenverbrauch hatte. Und ja, mein Lieblingsbild ist natürlich hier das vom 1. April. Und das ist kein April-Scherz. Ein wunderschöner, sonniger Tag, wo gegen Nachmittag, Frühjahrnachmittag mal ein bisschen Bewölkung kam. Ich habe es rechtzeitig morgens angehängt um 10, ich weiß nicht mehr genau, mit 50% vielleicht. Und um 17 Uhr war dann das Laden abgeschlossen mit 90% und kurze Zeit später kam ein Gewitter und dann wäre sowieso nichts gegangen. Also, das war ein richtig schöner Überschussladetag, wie er sozusagen im Bilderbuch steht. Natürlich spielen auch noch ein paar andere Sachen eine Rolle beim Überschussladen, denn nicht jeder ist selbstständiger wie ich und die meiste Zeit zu Hause. Wenn man tagsüber mit dem Auto gar nicht da ist, dann wird das mit dem Überschussladen nicht so ganz einfach. Natürlich kommt auch darauf an, was man sonst so macht. In dem Moment, wo ich natürlich große Verbraucher, Kaffeemaschine oder Spülmaschine, vor allem natürlich Wäschetrockner, Waschmaschine anschließe, steht natürlich weniger Strom zur Verfügung. Wenn da noch eine Wolke kommt, dann ist es natürlich schnell aus mit dem Überschussladen. Ich habe heute interessanterweise eine Mail genau zu diesem Thema bekommen. Hallo, dieser Dad, ich bin begeisterter Abonnent eines YouTube-Kanals und habe eine Frage bezüglich des PV-optimierten Ladens. Seit letztem Sommer habe ich eine PV-Anlage mit 7,8 Kilowatt auf dem Dach, leider nur Ost-West. Und auch dank deiner tollen Analysen seit einer Woche ein Model 3 SR Plus auf dem Hof stehen. Jetzt würde mich interessieren, wie gut das optimierte Laden bei euch funktioniert. Und dann beschreibt er einfach genau das, dass es eben einen gewissen Mindestwert braucht und dass er den halt über Netzstrom beziehen muss. Eine Möglichkeit tatsächlich wäre natürlich, gerade bei einer Ost-West-Ausrichtung, wenn noch irgendwo Platz ist, die Anlage zu erweitern. Je mehr auf dem Dach ist, desto früher auch bei Bewölkung hat man genügend Leistung, um zu laden. Und letztendlich ist natürlich dann die Frage, braucht man doch eine Batterie? Ich habe ja keinen Speicher für meine Solaranlage und das ist natürlich eine Möglichkeit, dann tatsächlich den kompletten Solarstrom, auch wenn die Wolke da ist, auszunutzen und ins Auto zu leiten. Ja, das war mein kleines Special zum Thema Überschussladen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder schickt mir an kontakt-at-deeserdad.de eine Mail. Ich lese eure Post sehr gerne und freue mich auf Resonanz aus der Community. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.